Die Übung DRIPOD dynamisch ausgeführt auf einem PC-Ball ist eine Übung zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur. Hierbei liegt der Fokus auf die untere Rumpfmuskulatur. Zusätzlich wird die Beinachse gekräftigt, sowie die kognitiven Fähigkeiten geschult. Beginne die Übung, indem du mit beiden Beinen auf dem PC-Ball in 90-Grad-Hüfte-Kniebeugestellung startest. Führe ein Bein gestreckt nach hinten und beginne nun das gegenüberliegende Bein in die maximale Streckung sowie Beugung heranzuführen. Achte darauf, dass du nicht an das Hohlkreuz fällst.